Ja, ich habe das jetzt Ewigkeiten nicht gespielt. Monate, um genau zu sein. Ich weiß nicht mehr genau, wie die Steuerung geht. Da müssen wir mal gucken. Ab an den Tisch. Weißt du doch. Ach ja. Boom. So. Gucken wir mal. Oh, Geschützer. Nicht davorlaufen am besten. Äh, ja. Macht Sinn tatsächlich. Für alle Teamkill. Und V ist splittersetzen, wenn du verletzt bist. Ist was jetzt? Ah, au, ja. Eliminiert von Ritter Toffel. Ah, ist wirklich drüber gelaufen. Und du hörst den Kopf wieder, bitte. Ja, ja, schon dabei. Anfrage bestätigt. Verstärkung ist unterwegs. Bada bumm. Die Demokratie ist gelandet. Ja, komm mal da rein, bitte. Bitte? Da, kannst du mal die Walker rein. Oh, cool. Oh, nee. Ich steige ein, in dem Moment wird er drauf geschossen. Nein, nein. Oh, Eliminiert von Ulsch. Sorry. Naja, alles gut. Hier, ich hab ein Geschenkmodus. Boah, was ist das denn? Esklusiv ist fast. Das klingt gut. Oh, das war schwer. Warte mal. Guck mal, das hinschmeißen. Da unten. Äh. Ah, Uli, so eine Proben, sehr gut. Ja, ich... Nehm die 10 Spiegel halt mal mit. Schieß mir der Kollege in den Arsch hier, wenn das... Ehrlich? Oh, sorry. Oh, was ist noch? Energieanzeige. Ah, da unten. Ja, okay, gut. Alles klar. Oh, Magazin leer. Stimmt. Irgendwo kam der Möbel wohl gerade her. Ich weiß nicht, was er eigentlich war. Oh, schon wieder keine Munition. Habe ich ganz vergessen, dass es hier so knapp an Muni ist. Na ja, es kommt doch vor allem, was er schießt. Tja. Ne, Uli, den Laser auspackt braucht er keine Munition. Ja. Aber da liegt auch Munition. Ah. Und hier haben wir eine Vorratskiste stehen. Aha. Boah, ist das entspannt auf der Stufe. Leck mich am Arsch. Hier eigentlich hat er gewohnt. Ach so, ist meine Stufe, ne? Ja, ich bin jetzt die ganze Zeit schon auf 6 wieder runter, weil es so eine hohe Spawnrate gerade wieder ist. Aha, okay. Ja, wo wir das ja das erste Mal gespielt haben. Einmal war der Schreist. Ja, da haben wir auf 7 gespielt. Da waren irgendwelche Leute dabei, die ich nicht kenne. Und die haben dann gemeint, wir spielen auf 7, da kann man schön looten. Ja, okay, das war heftig. Ja, klar, du kannst auf 7 vernünftig looten, aber wenn du auf 7 oben rennst, ist das echt Arsch. Ja, genau, das war heftig. Mir ist es wurscht, weil ich brauche eh eigentlich gerade überwiegend Proben. Kann man ein bisschen sammeln. Also ich erinnere mich, da waren doch so Missionen, wo man so Dinge machen muss. Ich weiß nur nicht mehr, wie man die angezeigt kriegt. Ja, nee, das ist ein anderes Spielmodi. Ach so, okay. Okay, das ist da hier, da geht es jetzt nur drum, äh, die Fiecher zu töten. Oben rechts ist die Anzeige, auf die 90% Arbeitsnot. Ah, ja, 94, okay. Fakt Durchbruch entdeckt. Wo? Da, wo es orange leuchtet. Da, wo die Rakete angeflogen haben. Ah. Mischo, denk da, von hinten kommt der Raketenwerfer. Bitte was? Hier hinten steht auch der scheiß Raketenwerfer. Hast du gerade einen auf mich geworfen? Nein, das ist okay, Schick. Deswegen fehlen mir da gerade zwei Arme. Oh Gott, oh Gott. Guck es. Ich kann dich aber nicht. Guck da. Alles gut. Guck da, die sind mir zwei Arme. Stimmt, der. Den hat's zerrissen. Sag mal. Vor allem die Olga. Au, ich bremme. Oh nie. Okay, das war jetzt ein bisschen verwirrend. Aber okay. Stück für Stück. Oh, cool. Oh, hier, direkt. Weg. Viechers. Ich wollte gerade sagen, wo seid ihr, aber... Ich sehe Schüsse. Oh, ich bin natürlich in Geschütz angefordert. Ich auch Schüpp. Oh, was kommt denn da, Alter? Ach, nur Walkie. Walkie-talkie. Gut, Ali. Da. Magazin leer. Oh, Magazin leer. Schneider. Alter, wie lange lebt denn der nach? Nicht heute. So, einmal der Exo. Wow. Das da nicht schlechter ist. Boah. Mein Bein ist verletzt. Nein. Lass mich. V drücken. V drücken. Der hat mich da überrannt. Überrannt. Cooler Sprung. Essenzielle Taktik-Ausrüstung verfügbar. Essenzielle Taktik-Ausrüstung nicht länger verfügbar. Hoffen, das ist schon mal ein Händchen. Ja. Möchte, der Walkie, der Hinterbär. Ich schaffe das. Vorführung für dich. Ah, da hinten. Na ja. Am Coming. Dankeschön. Linke Maus, Rakete, rechte Maus ist Mg. Okay, super. Rechte Maus gerückt halten, das hat anfängt zu rotieren. Ja. Uli. Siehst du da auch die Hellbombe? Ja, da oben, ne? Schön. Nicht so nah dran sein, wenn er drauf schießt. Genau, komm mal hier rüber. Okay. Jetzt kannst du die umdrehen. Hallo. Schöne Farben. Ja. Ganz große Stimme Wolke. Ja. Ich hoffe, ich habe die nicht getroffen. Alles gut, ich habe was Schild dafür. Ah. Ich habe es so angewöhnt, mit dem Schildbrustack zu spielen. Ah, da klingelt was. Da ist die Artillerie. Ja. Das war das so. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich hin soll, ne? Ja, ja. Nicht, aber. Achso, ich kann dich ja auch überwenden, ne? Schade. Ja. Hat ihn geschlossen. Töne nicht aktivieren. Ja, nee, schade, dass es geht. Friendly Fire. Ja, Friendly Fire macht doch gerade hier irgendwo den Reibs aus. Findest du? Ja. Auch mit einem Anfänger? Ja. Oh, da hat man auszulachen. Ja. Ja, stimmt. Frag mal nicht, wir hatten ja Anfang zu viel Spaß. Oh, da wurde es aber schnell dunkel. Aber ich habe mir auch gerade gedacht. Ich hatte nicht die spontane Nacht. Oh, hier. Zeus, einen wunderschönen guten Abend. Gerade haben wir noch von dir gesprochen. Ja, so weiter ist gut. Ich hoffe, selbst auch. Wie alle! Au! Sorry. Kommt gut, aber. Habt ihr es gefunden? Ach, danke Zeus, ja. Das war nötig. Guck mal, das bringt mir. Da läuft. Mafia zockste? So geil. Definitive Edition. Dann bitte Orbitalfeuer. Bestimmt, ja. Finde ich so geil, ne? Als sie rauskamen, die definitiv, habe ich glaube ich erstmal alle drei am Stück durchgeballert. So gut. Vor allem die Grafik ist der Wahnsinn, ne? Wenn es dann regnet, so die Straße nass ist. Das sieht fantastisch aus. Hoppala. Kamm von Herzen. Also, ich komme mal zu dir. Vielleicht kann ich dich da unterstützen, rückendeckendeckendeckung geben. Das ist doch krass. Ja, ne? Klingt nach dem blauen. Äh, du kannst mal da rüber, wo das orange zu hoch leuchtet. Ja. Da ist ein Loch und da schmeißt einfach mal eine von deinen Raketen rein. Okay. Also, du meintest, da hinten wurde explodiert. Ja, genau da, ja. Ach, das ist ein Nest, ne? Kann das sein? Ja. Genau. I remember. Das ist, glaube ich, ein Stalkernest. Okay. Gibt es ja auch schon Stalker? Hehehe. Ich bin nicht sicher. Da. Zu wissen. Warum muss er denn jetzt schon wieder so, meine Güte? Ich glaube, der ist überlaufen worden. Ziele erreicht. Ja, dann war er entweder zu langsam oder er schon im Weg, also. Also, ich glaube nicht, dass ich hier über ihn rüber gelaufen bin. Wir haben nur einen Work-Con, der wirst du. Ops. Ach, egal. Erwischt. Nein, solche Leute, solche Mimis brauchen wir immer mal. Eben. Jetzt kannst du mir hier mal weiterhin folgen mit einem Walker, weil dir hier unten wird es lustig. Okay, alles klar. I walk the line. I walk the line. Aber schießt man noch nicht drauf, oder so? Mhm. Alles klar, so. Es ist viel Spaß. Genieße es. Ich räume auf. Ich räume erst mal ein bisschen Platz. Okay. Wurde. Ich hab gar nichts gemacht. Gar nichts. Wurde. Ich hab vor, man nimmt ein Bier angeboten. Ui. Mächtiger Badaboom. Geh weg. Geh weg. All diese scheiß gepanzerten. Ich häng, ich häng. Was ist los? Oh, verdammt. Ah, irgendwie bin ich aus dem Spielfenster raus. Rausgetoppt. Ja. Scheiße. Jetzt ist der Mech kaputt. Passiert. Ausgemäckt. Magazin leer. Wow, wow, wow. Was ich will. Also ich hoffe, es ist ja nicht schlecht, ne? Aber bis die geladen ist. Alter. Also ihr könnt euch weiter um Standard kümmern. Ich do erst mal das Larven-Ding an Landepunkt brauchen. Weil sonst haben wir die ganze Zeit nur Viecher am Arsch. Okay. Ich bräuchte hier nochmal ne Hand bei mir. Ja, ich bin tatsächlich auf dem Weg. Ne, hier, hier, hier. Dann so ein Leuchter ist. Ne, das ist der Elter noch. Ach so, ach. Ach so. Ach so, ja. Aber du hast einen Shelter gefunden. Was ist das denn? Ich interagiere mal lieber nicht. Hey, wo bist du denn? Airstrike. Oh, what the hell? aber hell war es nimmt du mal hier so stünde die kann die was ja die kann feuer dann nutzen wir das doch mal wenn ja wenn ich aus was den umbringe ich glaube ich so leicht aus dem leben gehostet stream manager druck ich will es kaputt machen ich habe mich gerade gefragt wie muss man das kaputt machen wir wissen dass der gar nichts das gut machst du es fertig dann bringe ich die laufe weg die kommt dass man hier oben in kiste rein das ding musst du da in die kiste einschieben genau bin ich ja gerade mal froh dass ihr wisst was ihr tut ich weiß es nicht ich weiß es auch manchmal nicht okay ich folge euch unauffällig das ist fertig dann können wir zu die weiter und pass auf dass du nicht in dieses grüne zeug reinlatscht ist es nicht gut das ist so ein bisschen vereinen ach so das erklärt ein bisschen wird die munition ein bisschen abstand halten bitte ja ich saß noch für die abstand halten ja ja passt und wär selber weggerupft achso ich bin alter was hier abgeht um ja wir sind zumindest eins er ging mit mir aber dafür dass du so viel Herz gemacht hast Uli, ne? sind noch ganz viele Backlöcher aufgeblieben das waren nicht die Backlöcher, das war der Backdurchbruch vor den Backlöchern der Pre-Bug Ah, wir sind vollkommen mit Ach, Laura, doch nicht so viel Scheiße Positioniere Pils, nordöstlich, 200 Meter Kills So, ich hab einfach stumm geschaltet Ach, hm Geht mir einfach den Keks, Alter Cut up, please Your mom is a faggot Oh, das war ich, du Was ist das? Oh, hier Ein Nest Ja, bitte noch Unterstützung Ich hörst du dich auch quatschenden Typen, oder? Nee Gut, dann ist es okay Ach so, dieser W Ja, ja Ja, ne, hab ich komplett aus im Sprachchat Das ist okay Der ist grad ein bisschen am engagen Superlisius, danke dir für deinen Sub Sehr geil Oder er ist selber Schuld, Uli Er hat mich auch noch zu halten können Ja, ich rufen auch nicht Ich auch nicht Ich auch nicht Ja, das ist manchmal Die Leute müssen lernen Die können nicht immer hier Homewaggen wie die Großen müssen Nee Wer zündet mich an? Wahrscheinlich muss er da die Brandschub von dir Nein 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 Bist du Bist du gefressen von dem Vieh, das? Nö Oh, hinter mir ist ja auch noch was Hilfe Ja, ja Ich dachte, er hat nicht gar nicht Ich dachte, er hat mit dem Mund oder so Nee Deswegen habe ich immer nicht geschossen Ich habe nicht gewusst, dass der da ist Oh Oh Jetzt muss ich eine Leiter rufen Wo ist denn der Dicke? So Jetzt habe ich wieder die andere Waffe Okay Dann nimmst du dir einfach wieder die andere Ja, wenn ich eine finde irgendwo Aue Was schießt der auf uns? Hat der einen Schuss? Aus Außentopft Hintert Die Luftunterstützung Die Luftunterstützung Die Luftunterstützung Die Luftunterstützung Mit den Arm kann ich nicht mit rein Was ist das? Was ist das? Kurzer Arm Entschuldigung Hm Was raus muss, muss raus Erwartet Taktikpaket Primär ziehen nahe eure Position Markiere Karte, südwestlich, 100 Meter Ich höre Bugs Bugs Bunny Ähm Ja, der ist ja wie gesagt ein bisschen salty gerade Der hat ein bisschen ungespackt Du kannst aber versuchen mit der Escape Den Typen einfach rauszuwerfen Oh ja, mach ich doch sofort Mika Wu Rauswerfen Und tschüss So Äh Jetzt kann er wieder mit seinen Baumguckenspielen gehen Hehehe Hehehe Wollen wir mal Foto lieber Lassen wir mal kurz durch Sechs Millionen Schuss Geh weg Alter Alter Da hat sich ja Wir haben sich von hinten angeschlichen Oh 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 Verstärkung Anfrage bestätigt Verstärkung im Anmarsch Naja irgendwas alles wieder fütt Alles wieder fütt Haben wir's jetzt Ja Geltische Gott der Ungeduld Haben wir's bald Höhöhöh Oh ne Schö Wie ist'n das Scheiß Was ist das hier Persönliches Gerät Erinnerungen Die Wahlen können wir stehen bevor Ja Ist gar nicht so wichtig Aua 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 Oh ja ich auch Du ist Paddel Springen wir nicht immer hinterher Ja wie so ein Lemming Hehehe Hast's gefunden Loli Hast's gefunden Na dann statt mal Schau wie der läuft Ich geh ans Terminal Tidid Tidid Tididid Hehehehe Eeeh Jo Läuft Ich hab' mal kurz was Dingsen Wo ist die zweite Tür Oli? Äh hier hinten bei die ganzen Viechers Ja das wird's ich Verdammt Magazzinler 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 Ich will hier mal Cocktail Ich muss ja mal von Gravieren Oh Achtung Oh Achtung Da hinten Okay Nächster Sprung kommt Ok Komm mal rüber Könnt ihr mal aufhören rumzunerven Hilft euch doch mal Hm 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 Da 11 von 20 12 von 20 Das war ein guter Wurftoffel Geh mal sneaken Uli du hast einen Moser-Schutz ne? Bitte? Hast du einen Moser-Schutz gestellt? Äh ne Kanone Ah ok Ihr arbeitet Einmal vor der Helpe Hi Maverick Grüß dich Äh ja stimmt Hab ich noch gar nicht geändert Machen wir gleich wenn wir in Sicherheit sind Beziehungsweise Ich kann hier mal eben ins Eck Machen wir das mal schnell Ah mission abgeschlossen Markiere Karte südwestlich 300 Meter So Da bekommt man Lust mal wieder Starship Troopers zu schauen Auf jeden Fall Habe ich schon ewig nicht mehr geguckt Ne? Äh Das Spiel dazu kommt demnächst übrigens auch raus Ja Hab ich gesehen Fand ich schon ein bisschen blöd Dass die fast zeitgleich Äh Angeteasert wurden Die beiden Also das hier Und äh Das andere Aber auch schon mal Da kannst du mit einem Feuer hier Und die kannst du schießen Hm hm Ich dachte dann läufst du vielleicht nochmal zu Ich glaub die kommen von hinten Fast Uli Von hinten Uli hat schon den Evac Punkt glaube ich Ne Erstes Mal noch n Soll nicht markiert Erwerbste Luftunterstützung Okay Uli Ich hab da noch allen Äh Hier ne Erwerbste 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 Schöööne Waffe Hiiii Kann mich der Helge helfen? Nein? Gut Oh 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 Über uns Vorsicht Über uns Der Erwerbste kommt nur so weit Genau Hm hm Mah! Ah dass hier ohne Kopf noch weiterいいmm könnte es so frech Ha 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 Oh oh Okay Ich erinnere mich an diese Granatäpfel 300 Meter Da müssenste den blauen Strich oder Äh You can look Die ist ein berühmter Holländer Könntest du mal googlen Ja genau Dicht gefolgt von dem Schnorrer Van Andern. Der einzige Holland-BMW. Van Fahre. Van Fahre. Ach so, die Bambam ist schon. Brauchst ruhig weiterlaufen. Gibt es auch eine Spanierin? Was ran da denn, sie will? So schöne Explosionen. Ja, und dann die Fußgaden wieder wegrennt. Kommt zurück? Ja, genau. R2-D2 kommt da, angehumpelt. Der fliegt mit Braille vorbei, woher? Hm. Mist. Ja, nochmal neu. Zappelt er noch? Ja, wer hat denn? Ja, zappelt einer. Zappel-te. Da ist noch einer. Die Motherfucker, die. Die Bundeskanzler, die. Die Bundeskanzler, die. Das ist ein Chart. Magerkanzler, die. Magerkanzler, oh Gott. Alles gut. Ist richtig voller Gedärme, sei denn im Schreidealber. Das ist aus wie ein Grenmländer an seinen komischen Ohren. Hör mir da, was sagt das? Hör mich auf! Boah. Uuuuh. What the hell? Achtung, Granate! Oh. Oh. Ich bin da gerade rumgeflogen. Halb-Ihrer. So ein Halb-Ihrer? Hm. Gehen wir uns los im Weg. Ich hab' lebensgefährlich hier. Uli, ich hab' gefühlt tausend Schiss verbraten gewandet. Schön. Oh, oh. Nein! Du musst die rechten Schotter erschlagen, ja? Das Raumschiff ist auf mir gelandet, ne? Ja, ja. Achtung, lustig. Die Schotter fliegen tief. Anfahler bestätigt. Verstartung im Anmarsch. Da. Schiff in Anflug, bitte. Vorsicht. Bleiben wir gerne rum, ja, ja. Habt ihr gesagt. So. Tschüss. Ab geht er. Oh, ja, 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 ja. Vom Raumschiff verdrückt, ne? Also Sachen gibt's. Ja, du kannst doch von der Düse integriert werden. Hm. Das hab' ich noch nicht gesehen. Doch. Also die Düsen machen wohl auch Schaden. Hm. Okay. B Usar Radio. Niens H Vom Raumschiff wir Untertitelung des ZDF, 2020